Was es in sich hat, wir freuen uns auf das Duell zweier Mannschaften, die sich viel vorgenommen haben. Gleich geht's los. Das Spiel der Spiele. Jetzt kann's gleich losgehen. Dranbleiben. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuss und Frank Buschmann begleiten sich am Mikrofon durch dieses Spiel. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Ich bin sicher, das wird ein hochinteressantes Spiel. Die Stimmung im Stadion ist jetzt schon überrascht. Auf dem Papier ist das hier eine tolle Watt. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich auf diese Spiele. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Der Angriff jetzt, das machen sie gut. So, die Chance jetzt. Und das war natürlich eine starke Parade. Klasse! Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Das war nix. Nee, Wolf, da müsstest du dich was Besseres einfallen lassen. Nee, Wolf, da müsstest du dich was Besseres einfallen lassen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Da ist Platz für den Kutter. Das könnte was werden. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Und die Situation geklärt. Sart. Jetzt der Vorstoß. Da kommt die Flanke. Sie haben geklärt. Klasse dazwischen. Außen ist Platz. So, geht jetzt nach Eden. Er schießt. Die Chance müsste er eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus. Aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Das gibt Freistoß. Das gibt Freistoß. Das gibt Freistoß. Ja, wird geblockt. Das wäre die Chance für den Konter. Ja, zu Steffen. Der geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Lums. Den Vorhafter. Da ist er da. Er steckt gut und holt sich den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Riesenschock zur Führung. Wahnsinn, er hält ihn. Die Fans hocken auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Das war nicht einfach gute Parade. Macht sich lang. Ja, zu Steffen. Stark gearbeitet. Die Vorhafter. Machen Sie jetzt gut. Das könnte die Führung werden. Da passt der Torhüter auf. Da kommt die Ecke. Kein Problem, den hat er. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Die Schiedsrichterinnen pfeift da am Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Partie. Die Schiedsrichterinnen pfeift da am Tag. Die 2. Die 1. Die 2. Die 1. Die 1. Die 2. Die 1. Die 1. Die 2. Die 1. Aus der Distanz, ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Das muss auf jeden Fall Freistoß geben. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Zart. Sie wollen die Führung, aber das klingt sie sehr gut. Ja, da fehlte einiges zum Vorherfolgen. 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 Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Die Chance. Der Ball war ziemlich harmlos. Ja, sieht gut aus. Das könnte jetzt was werden. Der Ball kommt, den den 16 hat. Ball kommt an, oh, da hat er jetzt Platz. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Jetzt wird es hier auswechseln und bei beiden Mannschaften geben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da kommt der Schuss. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine hechte Gefahr. Der Ball kommt. Sie geht dazwischen. Da muss er aufpassen. Da hat sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da, sie versuchen es weiter. Da ist die Hereingabe. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Guter Pass. Gut gehalten. Und damit weiter unentschieden. Ja, das passt da gut auf. Der Spielausgang damit nach wie vor völlig offen. Ich schiebe ihn quasi weiter. Ja. Hartspiel nach hinten, vielleicht die Führung jetzt, riesen Chance, aber nichts draus gemacht. Kurz vor Schluss hat er die Seed-Chance, was für eine Szene und die nutzt er nicht, also das wird ihn noch beschäftigen. Um ein Haar, der späte Rückstand, aber er macht zu, verändert das Tor, eine herrliche Aktion. Sie greifen an, man spürt, diesen Schwung wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Riesenschuss, doch läuft die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Es war klar, dass das Tor irgendwann fällt. Sie ziehen ihr Kurzpassspiel auf, lassen den Ball wunderbar laufen und die Abwehr kann da nur zuschauen. Und dann ist am Ende eben auch die Lücke da. Es wird das Spiel jetzt endlich offensiver. Das erste Tor ist gefallen. Es hat ein bisschen gedauert heute. Jetzt gibt es den Endspurt. Drei Minuten Nachspielzeit. Sieht vielversprechend aus. Den Ball hält er gut. Vielleicht der spätende Ausgleich hält es bei diesem Eckpass. Die Ecke kommen ins Zentrum. Ist das jetzt die Chance? Vielleicht der Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Ganz stark. Bis zum Schluss immer dran und jetzt belohnen sie sich. Ah, Coach ist sauer. Kann es nicht fassen, denn der Ausgangspunkt dieses Tores, ja, das ist dieser nachlässige Befreiungsschlag. Viel zu lässig, viel zu schwach. Sie kommen nicht raus, die Szene geht weiter und dann fällt das Tor doch noch. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden.